Der 5. VG Musketiere Wohltätigkeitslauf am 1. September 2013. Start und Ziel war wieder beim Gesundheitszentrum Vitalum in Bodenheim. Kurz vor 10 Uhr, die ersten Läuferinnen und Läufer treffen ein. Die Weinprinzessin persönlich gab den Startschuss. Ein Halbmarathon durch die Verbandsgemeinde Bodenheim, am Rhein in Nackenheim entlang und durch die Weinberge in Lorzweiler, Harsheim und Gau-Bischofsheim. An jeder Station Wein aus der Ortsgemeinde und Leckereien. Die Dank des Engagements der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer so zahlreich angeboten werden können. Und alle sind mit viel Spaß dabei. Endlich das Ziel erreicht. Mit guter Musik und viel Applaus werden die Läuferinnen und Läufer am Ziel in Bodenheim begrüßt. Mehr Infos zum sechsten VG-Lauf unter www.vglauf.de Wein erleben, Spaß haben und Gutes tun. Der VG Muskeltiere Wohltätigkeitslauf. Der VG Muskeltiere Wohltätigkeitslauf.